Und damit, hallo YouTube! Ich habe ein Video, jemand hat ein Video gepostet im Discord, das fing irgendwie an, der Titel war einfach, wo ist mein Füllerführerschein, ja? Ein Video von Plankton, ihr habt mir öfter mal Plankton empfohlen, ja? Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Was ist überhaupt ein Füllerführerschein? Aber für Leute, die es nicht wissen, ich meine, es steht sogar im Titel wahrscheinlich auf YouTube und ihr in Twitch auch. Ich bin der gute alte Füller, ja? Und ich habe mich sehr angesprochen geführt und dachte mir, wie, der hat einen Führerschein über mich, was soll die Scheiße jetzt, ja? Und ich dachte, ey, das könnte lustig sein, das könnte vielleicht eine kleine Einführung sein in das, was Plankton so macht. Es ist ein kleines Video, du kennst nicht mal Füllerführerscheine. Nein, was ist das? Warst du nie in der Grundschule? Wie? Natürlich war ich in der Grundschule. Was ist ein Füllerführerschein? Jetzt mal ohne Scheiß, was ist das? Ich habe das Konzept noch nie gehört. Ich habe keine Ahnung, was das ist, ja? Ich meine, ich bin der Füller, hi no taro. Füllerführerscheine sind schön. Er hat mal ein Straßenschild geklaut als Teenager. Was? Wir haben früher auch reingemacht. Du bist aber Fully. Noch nie gehört. Mein Neffe hat letzte Zeit gemacht. Ja, und was ist das? Damit lernst du, wie du einen Füller bedienst. Was? Also, Verzeihung? Füller hat nie mit Füller schreiben gelernt? Hä? Was? Macht man in der zweiten und in der dritten Klasse als Beweis, dass man mit einem Füller umgehen kann. Am Ende vom Lärm mit dem Füller zu benutzen. Bei uns war einfach so, ab der dritten Klasse mussten wir einen Füller benutzen. Und sobald ich keinen mehr benutzen musste, habe ich auch den Füller eigentlich essentiell zur Seite gelegt und nie wieder benutzt. Seitdem schreibe ich mit Coolis. Also, ich habe die einfach zur Seite gelegt. Hab das noch nie gehört. Ich auch nicht. Aber ich bin mal gespannt, was es mit dem Video auf sich hat. Wild. Direkt am Anfang. Kurzes Quizshow. Ja, Mann. Was war für Plankton als kleines Kind ein Objekt der ewigen Begierde? Oh, Moment. Ich mache mal hier, äh, Sound lauter. ...freunde, amtliche Dokumente oder Xbox 360 mit Ponyhof Simulator. Gibt es den Ponyhof Simulator für die Xbox 360 wirklich? Warte mal. Klein Plankton wollte den Xbox... Welches Kind wollte den Xbox 360? Also, ich will den Mann da nicht judgen, ja? Ich will nicht gemein sein. Ich habe Sounder gemacht, sorry. Aber, aber, aber... Wer wollte als Kind den Xbox 360? Ich? Warum wolltest du den Xbox 360? Ist die Xbox 360 nicht die unattraktivste Konsole für ein Kind? Absolut. Generell. Ich finde, Playstation ist schon super unattraktiv für Kinder, ja? Und Xbox ist ja nochmal unattraktiver für Kinder. Das ist ja super uncool, oder nicht? Was willst du damit als Kind? Ich, 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 keine Ahnung, also... Ich, ich weiß nicht. Ich meine, ich finde selbst Xbox jetzt noch die sonderlich eine attraktive Konsole. Die 360 war ziemlich cool, ich weiß, ich weiß. Aber trotzdem. Genau deswegen, da konnte man die coolen Spiele spielen. Und welche? Welche kanntest du als Kind, die du spielen konntest? Dann waren das wahrscheinlich alle Spiele, die du gar nicht spielen durftest, oder? 360 war die Zeit von Halo-Fulli. Als Kind, Alien-Shooting, als Kind. Ne, 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 das ist lost, das ist lost. Nein, 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 als Kind, GTA, als Kind. Ist er ja bescheuert? Ne, ne, absolut ne. PS2 und GameCube sind so viel cooler. Also Nintendo hat immer den riesen Vorteil, es ist eine super, super, super attraktive Konsole für Kinder. Weil du kannst all die coolen Spiele spielen, die alle anderen Leute auch spielen. Und die sind super für euer Alter zugeschnitten. Und es ist super passend, ja? Und es ist nicht irgendwie so ein Ding, wo man sich denkt, das erlauben dir deine Eltern niemals. Ja, mit 6 oder so sitzt keiner an Halo. Nee, nee, niemals. Ist Geschmackssache. Ich kann zum Beispiel nicht verstehen, wie man sich als erwachsene Person für Pokémon interessieren kann. Das ist was anderes. Es ist weniger was für eine Geschmackssache, sondern einfach als Kind. Und welche Eltern hattet ihr, die das erlaubt haben, dass ihr fucking GTA spielen könnt? Wer hat euch eine 360 geschenkt? Das ist doch nicht passiert. Das war doch kein Ding. Was zur Fick. So was wie Mario ist auch tausendmal cooler, weil das tatsächlich auch ein Spiel ist, was du spielen darfst. War auch keine 600 Zeit. Ich war 10, 11. Ist immer noch viel zu jung für sowas wie Halo. Geht ihr aber die alten Spiele, die zu Hause nicht erlaubt war? Aber bei Freunden war das okay. Ja, und die Freunde, da frage ich sehr was, was ist mit den Eltern. Das ist, nee, nee, das ist absolut los. Ich weiß, dass das eine Sache war, aber das ist ja bescheuert. Außerdem war das die Sache, es gehörte nie den Freunden, wo ich war, sondern die Konsole gehörte immer dem Vater. Immer dem Vater. Es war nie seine. Bei mir waren es aber meine Konsolen tatsächlich zu Hause und ich durfte deswegen immer cool spielen. Es war eigentlich viel, viel cooler, weil ich nicht heimlich auch spielen durfte, nur, oder spielen musste. Ich konnte einfach spielen, wie ich wollte. Es war viel besser. Dokumente? Mit 6 oder 7 war ich scharf darauf, irgendein behördliches Dokument zu besitzen, wie einen Ausweis, oder? Oh mein Gott. Er hat eine Erinnerung in meinem Kopf. Äh, undockt. War das? Er war! Der war für 4 Monate treu. Dankeschön. Bleib bei mir an. Warte mal, funktionieren Zapper-Lords nicht? Irgendwie komisch. Aber dankeschön, Erwa. Dankeschön. Bleib bei mir an. Wie geht's dir denn? Guten Abend. Crysis 1 wurde 2007 released. Da war ich 9. Rate mal, äh, wann ich das das erste Mal gespielt hab. Ich wusste nicht mal zu der Zeit, dass sowas wie Crysis existiert. Aber, was ich sagen wollte ist, er hat eine Erinnerung in meinem Kopf andockt. Als Kind war ich auch, äh, nicht obsessed, aber fasziniert von Ausweisen. Ich wollte auch einen Ausweis haben. Sorry, danke dir für deinen Giftsab. Dankeschön. Als Test. Scheinbar? Scheinbar funktionieren Alerts nicht. Aber vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich seh's. Hat er doch nicht sogar plus 1 gerechnet? Ja, irgendwie. Wo ist mein Bautsch? Was ist da los, Mann? Ja, irgendwie ist es komisch grad. Ich musste mit 11 den Diskussionskrieg, damit ich das Spiel, die, äh, Spider-Wix-Chronik für die PS2 mit FSK 12 bekomme. Hab gewonnen mit dem Totschlag-Argument. Ich kenn den Film, auf dem es basiert sowieso. Ein Spiel ab 16 oder sogar 18 nie. Nee, ich auch nicht. Bautschon? No, bautschon nicht. Hattest du nie die coolen Kinder in der Klasse, welche mit 10 bis 11 mit GTA geflext haben? Äh, nee, die haben das nämlich alle heimlich gespielt. Die haben das, also das war absolut immer eine heimliche Sache, weil das deren Eltern hatten. Aber ja, wie gesagt, Ausweise wollte ich immer haben. Ich fand die voll cool. Wenn auch meine Eltern oder mein Vater oder so eine Karte hatte wie eine Kreditkarte, da wollte ich die auch immer haben. Ich fand die so shiny, so nice. Und heute denke ich mir, ich zahl zwar sowieso nur mit Karte, aber... Das ist irgendwie nicht so cool, Mann. Ich hab auch einen Führerschein. Das vergessen Leute manchmal, glaube ich. Ich vergesse es auch. Das ist okay. Aber ich hab einen tatsächlich. Führerschein. Sagst du, ist weird? Ich kann dir darauf kein Konter geben. Ich benutze diese Plattform hier einfach nur noch, um meine Kindheit aufzuarbeiten. Natürlich. Zu dieser Begierde zählten auch Geldscheine. Und als meine Oma... Oh mein Gott! Ja! Ich auch! Heute auch! Aber, äh, damn. Ich hatte keinen Perso, bis ich irgendwie 18 war. Hast du nicht ab 16 ausweispflichtig? Naja, egal. Auf jeden Fall Geld als Kind fand ich auch immer sehr cool. Ich hab sehr viel mit Spielzeuggeld gespielt. Sehr, sehr viel mit Spielzeuggeld gespielt. Ich hatte sehr viele Spiele immer, wo ich dann irgendwie gehandelt habe mit mir selbst. Ich weiß nicht, warum das so ein Ding war, ja? Aus du rein, Leopro. Mach's gut. Es war ein ganz großes Ding bei mir. Irgendwie. Ich fühl seine Obsession mit dem Zeug. Und ich mal wieder auf einer unserer recht regelmäßigen Erkundungstouren durch Hamburg unterwegs gewesen sind. Ich find das grad irgendwie total cute, weil ich mich beim Schreiben wieder dran erinnere. Ich hab irgendwie einmal alle paar Monate gefragt, ob wir nicht Putschefstle weit gehen wollen. Was so viel heißt wie... Reisen. Und dann sind wir dann immer zum Hamburger Hafen gefahren. Wie dem auch sei. Das ist irgendwie so süß. Und das erinnert mich daran, dass ich manchmal vergesse, dass ich in meinen ersten paar Lebensjahren auch echt scheiß in Deutsch war. Das ist eine Sache, die ich, glaub ich, selten erwähne. Aber ich konnte im Kindergarten noch nicht gut Deutsch. Ich habe erst dann ein bisschen später Deutsch gelernt. Also das hat, glaub ich, mit dem dritten, vierten Lebensjahr bei mir angefangen, so richtig. Weil davor hatte ich Deutsch-Ungarisch gemischt geredet. Weder konnte ich Ungarisch, noch konnte ich Deutsch. Das heißt, sehr viele Wörter in meiner frühen Kindheit hab ich immer durch ungarische Wörter auch ersetzt. Wenn ich das deutsche Wort nicht kannte. Was wild ist, weil das hab ich alles vergessen. Weil meine Mom kam mit mir ja auch aus Ungarn. Ja, ich komm aus Ungarn. Und was dann, was ihr dann wichtig war, war Deutsch zu lernen. Weil sie auch vernünftig in Deutschland arbeiten wollte. Und sie wollte Abi machen und sie wollte studieren. Eigentlich wollte sie studieren, wurde nicht zugelassen, musste Abi nochmal neu machen. Und so weiter und so fort. Hat sie auch gemacht. Aber sie musste halt Deutsch lernen auf jeden Fall. Das war recht wichtig. Und damit ich Deutsch lerne, damit sie gut Deutsch lernt, hat sie mit mir nur noch Deutsch geredet und kein Ungarisch mehr. Was die Konsequenz hatte, dass ich kein Ungarisch gelernt habe. Dafür aber waren wir beide sehr gut in Deutsch. Was ein Riesenvorteil war. Die einzige Schwäche, die meine Mom nie so ganz gelernt hat, das hat sie nie ganz verstanden, war ein Artikel. Aber to be fair, deutsche Artikel sind kompletter Schwachsinn. Sie haben gar keine Regel. Bevor ihr überlegt, nein, sie haben wirklich keine Regel. Glaubt mir, ich hab ein bisschen Deutsch studiert. Und das ist eine Sache, die ich auch dort gelernt habe. Die Artikel für folgen keiner Regel. Es ist komplett random. Musst du auswendig. Musst du einfach wissen. Als wir mal wieder am Herumreisen gewesen sind, hab ich am Barmbeker Busbahnhof ein dickes 18 Eintel hängen sehen von einem Pfandleihaus mit einem dicken 50 Mark Schein drauf. Ich fand den so cool. Darf ich auch sowas haben? Ja. Was ist das? Er hat ein Pichett. Und im Nachhinein... Oh mein Gott. Das erinnert mich daran, dass ich tatsächlich mal ein bisschen Briefmarken sammeln wollte. Dann war nur das Ding, dass ich gelernt habe, dass sie Geld kosten und meine Eltern nicht immer Briefmarken überkaufen wollen. Und damit ist dieses Briefmarkensammeln Ding sehr schnell ins Wasser gefallen. Aber ich wollte auch Briefmarken sammeln. Oh mein Gott. Ich fühle seine Obsession so sehr als Kind. Ich war genau so. Das war genau meine Kindheitssache. Ich fand, das war der Shit. War gegen Loser an die Schnauze. Ich fühle ihn sehr. Er entlockt gerade ein paar Kindheitserinnerungen. Ich habe auch Briefmarken sammelt, weil meine Oma in der Kanzlei arbeitete und alle Briefmarken dann mit heimbrachte. Das ist nice. Von wann ist das Video eigentlich? Das ist ein Jahr alt. Das seht du vor einem Jahr. 11.07.23. Was ein Loser ist vor dir. Hallo? Kann ich auch einigermaßen grob sagen, warum ich das alles überhaupt cool fand. Es war eine Mischung aus Wert und Ästhetik. Ja, ja, ja. Ein 50 Mark Schein hatte einen Wert und sah cool aus. Und ein Führerschein hat einen gewissen Wert. Er erlaubt es dir etwas zu führen und sieht cool aus. Wenn du mir einen Führerschein gegeben hättest, der mit Comic Sans und Clipart gewuselt zusammengekleistert gewesen wäre, hätte er zwar einen Wert, würde er aber kacke aussehen und ich hätte kein Interesse gehabt. Geht mir genauso. Also, es gab auch Spielgeld oder so Sachen, die richtig scheiße aussahen und die fand ich auch immer kacke. Die fand ich nicht nice. Es musste schon einen gewissen Realismus, oder was heißt Realismus, es musste schon cool aussehen. Was dann irgendwann auch dazu geführt hat, dass mein Vater dann, das ging zu dumm, auf der Arbeit, weil die so einen Banger Drucker auf der Arbeit hatten und er einfach dort das Papier verschwenden konnte, ohne, dass es jemand juckt, hat er Stapel an amerikanischen Donnerscheinen gedruckt für mich, ja. Und die durfte ich dann zum Spiel verwenden. Er hatte dann noch so Schecksachen fertig, da konnte ich immer so Schecks ausfüllen, das war auch immer so nice. Hat mich dann sehr verwundert, warum wir im Deutschen keine Schecks verwenden, aber naja, ich hatte so das Hallo. Du hast eigentlich manchmal Regelmäßigkeiten, was die Artikel angeht, wie Bäume sind normalerweise weiblich oder alkoholische Getränke sind meist männlich, außer damit das Bier, aber auch zu wissen, ja, ich meine, aber du weißt schon, Arhatun, ne, es ist halt trotzdem bescheuert. Na, ich war nicht Multimillionär und es war nicht echt ein Dollar, es war definitiv ein Fake-Ding, aber es sah für mich genauso aus wie Dollar, ja. Es war irgendwie cool, ich habe sehr gerne damit gespielt, es war Spielgeld. Also, es waren natürlich offensichtlich keine Blüten oder so, ihr müsst euch keine Gedanken machen, niemand hätte das für Blüten gehalten, niemand hätte versucht, damit echt zu zahlen, es war sehr offensichtlich Spielgeld, aber weil er auf der Arbeit Bängerdruck hatte, hat er viel rausgehauen, ja. Im Ravensburger Spieleland konnte man einen Führerschein machen, da hatte man als Kind erst die Theorie für so 10 bis 15 Minuten und dann war man auf so einem kleinen Fahrplatz mit kleinen elektrischen Autos und dann konnte man nach den Regeln drum fahren und am Ende einen Führerschein bekommen. Oh, ich bin über Rot gefahren und ich habe den immer noch bekommen. Geld drücken ist illegal, aber ich sah da Falschgeld gedrückt, gar nicht, wow. Fully ist reich in Amerika, Philas Vater hat Geld gedrückt. Ja, und damit ich damit spielen konnte, der wollte mir eine Freude machen. Das ist so im Nachhinein voll süß. Ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht einmal, wie er das gemacht hat, wenn ich so drüber nachdenke, ja. Der musste sich ja irgendwo diese Vorlage dafür suchen, damit er mir die Scheiße drucken konnte. Wisst ihr, so für den sehr jungen Füller, definitiv unter 10 Jahre alt, ja. Wahrscheinlich eher sogar maximal 8, allerhöchstens 8 wahrscheinlich war ich da. Eher 6, 7 oder sowas, ja. Da war Internet jetzt nicht so eine große Sache. Das heißt, es war relativ schwierig, wahrscheinlich da irgendwie sowas zu finden. Als da rauskam, war ich 7. Und als meine Eltern diesen ersten Satz in Münzen bekommen haben, war das eins der faszinierendsten Erlebnisse meiner Kindheit. Oh mein Gott, ja, ja, ich fühle das. Ich habe nicht gecheckt, warum auf einmal zwei Währungen da waren, aber das hat mich nicht so sehr gejuckt. Ich fand diese 9-Euro-Münzen so fucking cool. Dieses Gold und Silber dann dabei, beim 2-Euro- und 1-Euro-Münzen. Die verschiedenen Sachen, meine Mom hat auch die Münzen lange Zeit gesammelt und so. Ich freue mich im Endeffekt, was mit ihrer Sammlung passiert ist. Ich habe keine Ahnung, wo die jemals gelandet ist, aber die war dann irgendwann weg. Ich habe legitim... Ich müsste mal meine Schwester fragen, ob sie wüsste, was mit der Münzsammlung passiert ist. Vielleicht hat sie die mitgenommen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, meine Mom hatte eine echt coole Münzsammlung, ja. Von verschiedenen Ländern, verschiedenen Euro-Trunken und so. Es war super nice. Aber ich war genauso fasziniert. Hatte dein Dad oft mit Shady-Leun zu tun? Nein, es war Spielgeld. Fully, Lore, Eintrack, 87, Fully's Vater hat Falschgeld gedrückt. Und man, die sahen für mich als Kind so krass wertvoll aus. Ja, ich fühle das so sehr. Und ich finde bis heute Behördendokumente designtechnisch recht interessant. Sie haben eine gewisse Ordnung. Eine Helvetica-ähnliche Schrift, die mit irgendwas Schreibmaschinenigem Hand in Hand geht. Fühle ich. Fühle ich auch. Vor allem, wenn du so drüberfassen kannst und du merkst, dass das so ein bisschen nicht so gestanzt ist. Aber ich mag das drüberfassen. Ich würde ganz gerne meine Ausweise holen. Aber ich, aus offensichtlichen Gründen, sollte ich euch die hier nicht zeigen. Aber irgendwie, es gibt definitiv ein paar Dinge, ein paar Aspekte, die ich da auch irgendwie sehr mag. Aber, äh, ja. So reich war der Junge gar nicht. Chat schafft es echt gut, holzame Erinnerungen, sowas bescheuert zu machen. Ja, es ist einfach voll die süße Erinnerung, die ich voll vergessen hatte irgendwie. Darin erinnere ich mich wieder, ja. Ähm, mein Vater hat immer irgendeinen Schwachsinn auf seiner Arbeit gemacht für mich, weil er hat oft Nachtschicht und dann hat er immer irgendwas auf Nachtschicht gemacht und plötzlich war was bei mir und dann war voll cool. Part mit absolutem Holo-Wahnsinn, wo sich der Designer hat komplett gehen lassen. Ich glaube, Dokumenten oder Gelddesigner ist gar kein so doofer Job, finde ich jetzt zumindest. Ich meine, überleg mal, irgendein Mensch hat mal unseren Personalausweis designt und 80 Millionen Menschen haben dieses Design gesehen. Irgendwelche Credits? Nö. Dabei leben wir doch in einer Gesellschaft, wo künstlerische Sachen ständig nach Credits schreien. Wisst ihr? Sein Video-Vibe. So ein bisschen. Erinnert mich ein bisschen an Jonathan. Ich weiß nicht, wieso. Aber er gibt mir Jonathan-Vibes. Aber bisher mag ich das Video. Es ist sehr sympathisch. Sehr relatable in dem Fall. Seltsam, selten relatable Momente, wo ich nicht gedacht habe, dass ich sowas hier finden würde, ja. Ich meine, mein Name ist auch da drin. Also hey. Plankton! Ich komme aus Hamburg. Deshalb vielleicht... Oh mein Gott! Er spricht Hamburgisch. Deswegen... Ich höre den Dialekt wahrscheinlich raus und denke automatisch an Johnny. Das ergibt so viel Sinn. Weil die Art, wie er spricht, hat mich so an Johnny erinnert. Es ist insane. Aber das ergibt ja so viel Sinn, wenn er aus Hamburg kommt. Hat er ja vorhin erzählt. Wie man sowas manchmal merkt. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn Milchmensch Credits fürs Milchliefern kriegt. Oder deine Bahnfahrt anmoderiert wird mit... Ihr heutiger Weg zur Arbeit wird Ihnen präsentiert von Peter Peter. Ja, meine Eltern fanden es witzig, mich Peter zu nennen, obwohl ich bereits Peter mit Nachnamen heiße. Habe ich euch schon mal davon erzählt, dass ich mal eine Lehrerin hatte, wie Simone Simon hieß? Die Frau tut mir auch sehr leid. Das fanden ihre Eltern auch sehr witzig. Seine Figuren sind simpel, aber super. Mario, Mario... Ja, das ist ein Filmding. Aber das ist ja ein Joke. Das ist ja ein Joke aus dem Film, ja. Aber das ist... Aber Ricky ist doch auch Ex-Hamburger. Willst du sagen, dass Johnny wie Ricky klingt? Ricky hat auch einiges an gewissen... Vor allem jetzt, wo er so ein bisschen so geredet hat. Das klang ein bisschen wie Ricky. Ich weiß nicht. Werden ein Hans Hansen in der Klasse auch will? Da sind doch auch Jobs, die Props verdient haben. Und wie ich finde, auch nicht weniger anspruchsvoll sind, als Videos zu drehen. Oder ein Buch zu schreiben. Oder hast du eine Ahnung, wer eigentlich die Euro-Banknoten entworfen hat? Gute Frage. Nein. By the way, vermisst du den 500er-Schein? Ich vermisse den ein bisschen. Warte mal, gibt es den 200er-Schein eigentlich noch? Den gibt es auch nicht mehr, oder? Wird der noch gedruckt? Also, ich glaube, der ist im Umlauf noch. Aber der wird nicht mehr gedruckt auch, oder? Es gibt einen 200er-Schein. Ja, der ist scheißselten. Also, ich habe das Gefühl, ich habe öfter den 500er gesehen, als den 200er. Doch, 200er gibt es. Das ist so komisch, weil einen 500er hatte ich tatsächlich mal gesehen. Mein Vater wollte mitflexen. Ich weiß an dem Punkt nicht einmal, was er gerade damit wollte. Aber er kam auf einmal an und hat dann irgendwie ein paar 500er-Euro-Scheine da gehabt. Er wollte wahrscheinlich irgendwas einzahlen, abheben. Ich habe keinen Blassen zu uns. Aber er hat öfter so eine Scheiße abgezogen, indem er einfach so war und so. Guck mal, was ich habe. Ich fand das sehr lustig. Aber 200er-Scheine? Ich glaube, ich habe noch nie eine in den Echt gesehen. Ich glaube, legit habe ich noch nie eine in den Echt gesehen. Ich weiß, wie die aussehen. Ich vergesse immer wieder, dass sie existieren. Noch nie gesehen. 100er öfter, 50er natürlich, 50er ist üblich. Also die ersten vier kennt man, aber 200er... Nee, never, never. Fulis Vater hat Geld gedrückt? Nein, 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 nicht. Mann. 200er doch, 500er nie. Ich sehe beides regelmäßig auf der Arbeit. Ja, okay, du arbeitest ja auch dann mit solchen Scheinen, I guess. Ich wusste ewig nicht, dass es 200er gab. Ich habe herausgefunden, dass ich mal im Eishahn gejobbt habe. Warum hat er... Was? Warum hat er immer doch mit 200 bezahlt? Was? Mr. Schipp hat hier hin und wieder 200 rumliegen und ärgert sich, dass ihr ihn nicht klein bekommt. Ja, das ist insane, ne? Ich hatte, wie gesagt, selber noch nie ein 200er in der Hand. 500er habe ich zumindest gesehen. Aber selber einen hatte ich auch nie. Und ich bezahle eh nie mit Bargeld. Ich habe ja immer nur meine Karte. Von daher... Meine Oma hat gerne mit 200er bezahlt, okay. Die buchstäblich fast die ganze Welt kennt. Sigmund Mihart. Nein, Spaß. Ober! Kalina. Der österreichische Crowley, ein Banknotenentwerfer aus Wien, ist tatsächlich der offizielle Jobname, der 1996 in einem Wettbewerb bestehend aus 44 weiteren Entwürfen rasieren konnte. Er hat übrigens auch die Banknoten von Aserbaidschan. Von Aserbaidschan? Aserbaidschan hat Geld? Warte mal, verwechsel ich das mit einem Land? Nee, Aserbaidschan ist doch diese super abgeschlossene Diktatur, oder? War das Aserbaidschan? Ich glaube, das war Aserbaidschan, ne? Oder verwechsel ich das gar mit Turkmenistan? Ich weiß es nicht. Die liegen direkt nebeneinander. Ich weiß nicht viel über beide Länder. Auf jeden Fall dachte ich mir so, ha. Seltsam spezifisch. Ich meine, es ist schon cool, wenn du ein großes Plakat mit einer dicken Headline gelayoutet hast, die einen Sommer lang an allen U-Bahn-Stationen hingen. Aber stell dir mal vor, in deinem Portfolio ist einfach mal der gesamte Eurostack. Ist sicherlich auch eine sehr gute Tinder-Bio. Fest steht, ich hätte damals echt gern irgendein amtliches Dokument gehabt. Oder Geld. Oder ne Büchereikarte. Ich glaube, ich hatte so einen komischen Club-Ausweis. Was war das? Der Knicks Club oder so? Irgendwie in so einem Sparkassen-Ding. Erinnert ihr euch an das? Ich habe die Karte mal gesehen, aber ich durfte sie nie haben, weil das war ja nichts für mich. Weil ich darf damit ja nicht spielen oder so. Nicht Knicke, Knicks. Knacks, 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 Knacks. Irgendwie sowas. Das Tiger-Hinten-Club habe ich oft gehört von Klassenkameraden damals und so. Aber ich habe keinen Plan, was der Tiger-Hinten-Club war. Ich war nicht dabei. Die Schweiz hat, by the way, noch Tausender-Banknoten. Die sind ganz nett, kann man aber in den meisten denen nicht zahlen. Das ist doof. Ja, Knacks, 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 Knicks, Knacks. Ja, das war irgendwie so ein Ding. Turkmenistan war die Diktatur. Okay, 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 ja. Ja, genau. Deswegen war ich gerade verwechselt. Ich habe das, glaube ich, da verwechselt. Die Länder sind sehr nah beieinander. Ich weiß nicht viel über die generellen Tobi-Fair. Deswegen war ich mir gerade unsicher, ja. Deswegen dachte ich mir so, Moment. Haben die überhaupt eine Währung auch in Turkmenistan dann? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich weiß nichts über das Land. Ich habe einen Schülerausweis, wo ich 18 drauf war. Und habe immer versucht, FSK 18 Spiele damit zu kaufen. Und hat es geklappt? Schülerausweise. Gott, die waren immer so abgefranst. Ich glaube, ich habe keinen mehr. Das wäre lustig, wenn ich noch einen hätte. Hatte die Schülerausweise? Diese, diese, bei uns waren die blau und so heftartig. Das war ein Ding. Oh mein Gott, das erinnert mich daran, dass lange Zeit mein Ausweis auch so ein Heft war, weil ich, ähm, gemischte Staatsbürgerschaft hatte. Relativ lang sogar in meinem Leben. Wann habe ich die abgelegt? Glaube ich offiziell mit 14 oder 15 habe ich die ganz abgelegt. Irgendwie sowas. Weil da war das Ding, ich glaube Ungarn, es waren dann die Stinker, die nicht wollten, dass man eine doppelte Staatsbürgerschaft hat. Was bedeutet, ich musste mich entscheiden. Bin ich jetzt Ungar, ungarischer Staatsbürger oder deutscher Staatsbürger? Deutscher Staatsbürger hat natürlich mehr Sinn gegeben, weil ich hatte nicht vor, nach Ungarn zu ziehen. Aber ich darf jederzeit, weil ich, wie nennt man das, Dejour-mäßig auf, also ich bin auf ungarischem Boden geboren, bedeutet, ich habe ein Dejour-Recht oder sowas auf eine Staatsbürgerschaft. Das heißt, ich kann jederzeit nach Ungarn gehen und mir eine Staatsbürgerschaft erholen. Von daher ist es sowieso, Jacke wie Hose kostet nur Geld und das ist bürokratische Scheiße. Aber ich durfte irgendwie keine doppelte haben, weil Ungarn war so, nee, 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 das wollen wir nicht. Schachklub, ist das so? Die blauen gibt es in NRW immer noch und die sind noch so scheiße, ja, ja. Ich war nur auf, also die Schulen, wir hatten keine Ausweise, echt, aber die war generell für unnütz, oder? Mein Schülerausweis war immer ausgefragt, ja, meiner war auch immer so am Arsch, ja. Er kann doch mobb dich, zu Recht. Vielleicht ist es ja zu Recht, ja. Bei uns war das vollkommen egal, Schüler oder nicht. Alle so geizig, dass du so oder so vollzahlen musst. Oh, was hat das jetzt mit Zahlen irgendwas zu tun, ha? Also meinst du wegen Schülerrabatt? Und bei mir war Schülerausweis wirklich so wie ein Passkärtchen. Ha, interessant. Können wir den Timer bei Videos auch anhaben? Halt die Schnauze. Ich hab jetzt einen Büchereiausweis. Schön für dich, Karstadt. Oh mein Gott, ich hatte einen Büchereiausweis, aber der war so richtig billig laminiert und ich fand den fucking enttäuschend. Ich wollte den Ausweis nur haben, um eine schöne Karte zu haben. Und dann hatte ich so eine laminierte Scheiße einfach nur. Ist richtig billig, richtig mies. Wisst ihr, die Osterbrücker-Karte, die ist cool. Die kann ich auch einfach in den Automaten stecken, wirf dann drei Euro rein und hab wieder für einen Monat einfach einen Büchereiausweis, der gültig ist. Ich hab permanent die Karte. Warte mal, hab ich? Die liegt hier irgendwo. Ist die hier irgendwo? Ja, die liegt hier irgendwo. Da sind keine Infos drauf. Komm mal. Ne, warte mal, das ist die, ne? Ja, das ist die Stadtbibliothek. Ah, shit. Da steht nur mein Name drauf. Aber da seht ihr, das ist so eine vernünftige kleine Karte. Ist das nicht nice? Ist voll cool, oder? Ist schon cool. Einmal in den Automaten stecken. Alles bezahlen, easy peasy, selber drauf. Darf der Firma behalten, rein theoretisch. So nice. Schönes Kärtchen. Ja, 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 bleib, ist ja okay. Das ist aber mal eine Urkunde fürs Streitschlichten sein, oder was weiß ich. Und dann kam eines Tages, vermutlich in der zweiten Klasse, der langersehnte Hoffnungsschimmer. Präsentiert von Frau Dämon. So hieß meine Grundschulklasselehrerin wirklich. Heute machen wir den Füller-Führerschein. Ein Führerschein. Okay, den wollte ich unbedingt haben. Füller. Das ist mein Name. Warum fehlt da das N bei Führerschein? Da steht nur Führerschein. Oh, flank dann so ein Needed. Bei uns gab es übrigens einen Fahrrad-Führerschein. Und nein, den habe ich nicht gemacht, weil ich habe in einer hügeligen Gegend gewohnt und wollte nicht auf einer Straße fahren, weil ich mich dazu nicht fit gefühlt habe. Und deswegen hatte ich das nicht, ja. Führerscheiß. Das ist so eine Lüge. Das ist die größte Lüge aller Zeiten, oder? Diese scheiß Radierer sind solche dumm... Die sind... Wie können die eigentlich immer noch verkauft werden und existieren? Die vordere Seite, die orange Seite, radiert nicht wirklich vernünftig. Das habe ich besonders bemerkt, als ich Zeichen gelernt habe. Da ist nämlich ein Knetradierer einfach... Perfekt. Das Ding macht euch die Scheiße komplett weg. Es ist einfach... Es ist einfach wirklich komplett weg, als wäre nie was gewesen. So ein Ding... Nein, 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 nein. Macht nur Füße, macht das Papier kaputt, funktioniert überhaupt nicht. Die andere Seite... Was? Das hat noch nie funktioniert. Das hat... Der Radierer ist generell... So eine dumme Scheiße. Warum existiert er? Wer kauft das Ding doch? Warum verkauft es nicht? Es ist so ein schlechtes Produkt. ...können. Perfekt. Wer Fehler macht der? Herzlichen Glückwunsch. Ihr kriegt alle den Füllerführerschein. Ach was. Ich hab den nie bekommen. Wo ist mein Fü... Wie, du hast den nie bekommen? Was? Das Blaue war, um das Papier wegzumachen. Ja, das hat Shining auch gerade gesagt, ja. Gehen wir weg mit Fahrradführerschein. Fahrradführerschein. Frau Dämon. Sehr geerbte Schule. Als ob er einen Bini trägt. Ich heiße Anton und war Schüler ihrer Grundschule zwischen den Jahren 2000 und 2004. Im Jahr 2002 habe ich einen sogenannten Füllerführerschein bei ihnen bestanden und diesen bis heute nicht ausgehändigt bekommen. Ich würde mich äußerst freuen, diese Urkunde im Nachhinein auf postalem... ...auf postalischem Wege zu erhalten. Mit den allerbesten Grüßen und Senden. Wissen Sie, was lustig ist? Meine Schwester macht das so oft, sie sagt immer postialisch. Und jedes Mal versuche ich sie zu korrigieren und jedes Mal sagt sie immer postialisch. Und sie schreibt auch in E-Mails oder so ein Ding. Immer postialisch rein, ja? Selbst das Mikro hat ein Beanie. Hat es? Ach, shit. Stimmt. Ja, das ist auch witzig. Ich meine, ich habe einen Bautz, aber kein Beanie. Ist nicht dasselbe, to be fair. Das war wie so ein Sommerloch hier. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, ihr Guck. Habt euch lieb. Euer Plankton. Wir sollten mehr Plankton-Videos gucken. Das war ein gutes Video. Das war fun. Das habe ich für heute nicht weiter vorbereitet. Aber in Zukunft habe ich Bock auf mehr Plankton-Videos. Das ist sehr sympathisch. Sehr sympathischer Typ. Ich fand das unendlich relatable gerade alles. Ich hätte, ich habe das wirklich komplett blind nur für den Titel genommen und dachte mir so, ja. Das ist genau das Ding. Schau bis zum Ende. Okay. Ich warte. Was kommt noch? Lass ihn kochen. Ah.